Hallo und herzlich Willkommen zum letzten Golfvideo dieses Jahres. Heute blicken wir gemeinsam auf 2023 zurück. Ein Jahr, das sowohl von erfolgreichen Momenten auf dem Golfplatz, als auch von einigen unerwarteten Herausforderungen geprägt war. Nutze die Festtage, um deine mentale Stärke im Golf weiterzuentwickeln. Diese ruhige Zeit ist ideal, um über deine Golf-Erfahrungen nachzudenken, sowohl über die Erfolge als auch über die Momente, die nicht nach Plan verliefen. Denke an deine besten Schläge, aber auch an die Schläge, die nicht so liefen, wie du es dir gewünscht hattest. Diese Reflexion ist ein wichtiger Schritt, um im neuen Jahr noch stärker und fokussierter beim Golfen zu sein. Denke daran, mentale Stärke hilft dir, sowohl die Siege als auch die Niederlagen konstruktiv zu nutzen. Lass uns einen Moment innehaltend anerkennen, dass Golf wie das Leben selbst von unvermeidlichen Rückschlägen gezeichnet ist. Doch gerade in diesen Momenten liegt das Potenzial für Wachstum und Entwicklung. Nach einer enttäuscherten Runde oder einem verfehlten Schlag ist es entscheidend, innezuhalten und die Erfahrung zu reflektieren. Frage dich, welche Bereiche kann ich verbessern? Nimm eine Haltung des Wachstums an und sieh Rückschläge als Brennstoff, um mit noch mehr Stärke zurückzukommen. Indem du aus Misserfolgen lernst, kannst du deine Strategien anpassen und eine mentale Zähigkeit entwickeln, die dir in zukünftigen Herausforderungen zugutekommen wird. Und so kommen wir zum Kern unserer Reise, dem Aufbau von Resilienz und mentaler Stärke. Diese Reise erfordert beständige Übung und Hingabe. Nimm diese Herausforderungen an. Glaube an deine Fähigkeiten und entfessle die Kraft des Geistes, um dein Golfspiel auf neue Höhen zu bringen. An dieser Stelle möchte ich dich zu einer letzten kurzen, aber kraftvollen mentalen Übung einladen, die du sofort anwenden kannst. Ich nenne sie das 3-Schritte-Resilienz-Programm. Nimm dir einen Moment Zeit. Finde einen ruhigen Ort und folge diesen Schritten. Schritt 1. Atmung und Zentrierung. Schließe deine Augen und nimm drei tiefe, bewusste Atemzüge. Mit jedem Einatmen nimmst du positive Energie auf. Mit jedem Ausatmen lasst du Stress und Anspannung los. Dies hilft dir, dich zu zentrieren und auf den Moment zu fokussieren. Schritt 2. Reflexion und Akzeptanz. Denke an eine kürzliche Herausforderung oder an einen Rückschlag. Erkenne an, dass diese Erfahrung Teil deines Wachstums ist. Frage dich, was kann ich aus dieser Situation lernen? Akzeptiere, dass Misserfolge genauso wertvoll sind wie Erfolge, denn sie sind Lehrmeister auf unserem Weg. Schritt 3. Visualisierung und Vorstellungskraft. Stelle dir nun vor, wie du die gewonnenen Erkenntnisse umsetzt. Sieh dich selbst beim nächsten Mal auf dem Golfplatz, wie du mit Zuversicht und Stärke jeden Schlag ausführst. Visualisiere, wie du Herausforderungen mit Ruhe und Präzision meisterst. Halte dieses Bild für ein paar Sekunden in deinem Geist fest. Öffne jetzt deine Augen, wenn du bereit dazu bist. Du hast soeben deine Resilienz gestärkt und bist bereit, mit erneuerter Kraft voranzugehen. Nütze diese Übung immer dann, wenn du einen Moment der Klarheit benötigst oder vor einer neuen Herausforderung stehst. Und denke daran, deine mentale Stärke ist dein größter Verbündeter auf dem Golfplatz und im Leben. Über diese Schritte regelmäßig und du wirst sehen, wie sie dein Spiel und deine Lebenshaltung positiv beeinflussen. Für 2024 setzen wir uns neue Golfziele, die durch Coaching und mentale Strategien unterstützt werden. Es ist wichtig, Ziele zu haben, die herausfordernd, aber auch erreichbar sind. Vielleicht möchtest du dein Handicap verbessern oder einen bestimmten Aspekt deines Spiels optimieren. Ganz egal, welche Ziele du hast, ich bin da, um dich mit Coaching und motivierenden Strategien zu unterstützen. Dies wird dir helfen, sowohl im Golfen als auch im Leben erfolgreich zu sein, selbst wenn es manchmal Rückschläge gibt. Denn jeder Schritt, auch der kleinste, ist ein Teil des Weges zum Erfolg. Zum Abschluss des Jahres 2023 möchte ich dir Mut machen, mit Vertrauen und Begeisterung in das kommende Jahr zu starten. Denke an die Fortschritte, die du bereits gemacht hast und nütze sie als Sprungbrett für weitere Erfolge. Wenn du an meinen Videos gefallen gefunden hast und du weitere inspirierende und informative Inhalte rund um das Thema Golf, mentale Stärke und Lebenserfolgerfaden, möchtest, zögere nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Klicke auf die Glocke, um Benachrichtigungen zu erhalten, damit du kein neues Video verpasst. Und wenn du denkst, dass diese Botschaft auch für deine Freunde und Familie wertvoll sein könnte, teile dieses Video gerne mit ihnen. Gemeinsam können wir eine Gemeinschaft von passionierten Golfspielern und Menschen sein, die das Leben lieben und einander unterstützen und motivieren. Ich freue mich darauf, dich auch im nächsten Jahr zu begleiten, um gemeinsam neue Höhen im Golf und im Leben zu erreichen, auch wenn es manchmal Herausforderungen gibt. Frohe Weihnachten und ein erfolgreiches, glückliches und erfülltes Jahr 2024. Und wie immer am Schluss noch ein schönes Spiel und ein großartiges Leben.